Boah, glaubste, das soll ja immer alles was ganz Besonderes sein. Eine Wohnung, die mitwächst? Hab ich doch auch. Eine gute Beratung? Gibt's bei uns auch. Nachbarn, die für mich da sind? Haben wir auch. Und eine Stimme, die gehört wird? Da kannst du drauf an. Aber falls Sie sich doch mal verändern wollen? Ja.